Gerd, erste Startreihe. Denkst du, dass den Mika gleich vorne schnappen kannst in der Schikane? Das ist schwer zu sagen. Nach dem Umbau der neuen Schikane ist es schon sehr eng. Ich möchte natürlich schon das Rennen zu Ende fahren, nicht nach der ersten Runde gleich irgendwie touchieren, dass ich ausfalle. Probieren tue ich es auf jeden Fall, ganz klar. Aber wie gesagt, we will see. Dann viel Glück, Markus. Zweites Rennen heute. Denkst du, du kommst ein bisschen weiter vor? Ja, ich denke, das sind zwei Knacknüsse davor. Der Gerd und der Mackin, die sind relativ schwierig zu überholen. Das hat man gesehen in der Vergangenheit dieses Jahr. Aber ich muss es einfach probieren. Schauen, dass sie gut durch die erste Schikane durchkommen und dann halt einfach probieren zu attackieren, weil hinterher werden sie sicher recht Druck machen. Der Antonio und der Jochen, der Öse. Mal schauen, was passiert. Der Gerd hat gerade im Interview gesagt, er will versuchen, ob er in der Schikane schon am Mackinac vorbeikommt, weil er sagt, sonst beißt man sich die Zähne an ihm aus. Vielleicht kann es ja dann mit durchrutschen. Ja, es wäre natürlich gut, wenn sie beide im Kissbett würden landen. Aber für sie hoffe ich es nicht, für mich schon. Aber er hat gar keinen Wert, sich da Gedanken zu machen, darüber es kommt, wie es kommt. Alles klar. Viel Glück. Merci. Musik 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 In der dritten Nettungsreihe. 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 In der dritten Nettungsreihe.